Der Philipp Schachtz hat seit Lützebüsch geboren und mittlerweile gehört zu den besten Trompetisten in ganz Europa. Und jetzt mit ganz großen Dirigenten zusammen geschafft, zum Beispiel mit Claudio Abadot, mit Bernhard Heiting oder auch mit Pierre Boulez. Und der Registil, den heute mit Philipp Schachtz für Eisener Hall. Der Philipp Schachtz für Eisener Hall. So weit, so gut. Aber bis an die BBC wäre lange weh. Bei dem Co-Berbisch war ganz am Anfang Begeisterung für ein Instrument, Trompette. Für nicht kommt nicht. Ein musikalisches Lauf im Moment. Und bei denen, die passen, das hilft ihnen. Mein Bopi war Präsident von der Schöflinger Musik. Mein Papa hat Klarinett gespielt, mein Mann hat Dixitofon gespielt. Und ich wollte immer Trompette spielen. Und in einigen Tagen, als mein Papa mit einer Trompette aus der Schöflinger Musik kam, hat sie dahin gelohnt. Und ich wollte eigentlich immer Trompette spielen. Und da hatte ich auch mal Mäschlichkeit wiederzumachen. Und ich meinte, er hat ein Ningenjahr. Ich möchte ihn dick backen. Und dann könnte ich ihn auch schon ein paar Töne lassen. Die Trompette spielt mir noch ein paar Trompette. Aber es ist kein Positives. Wenn die richtige Leute hierher kommen, so entsteht eine Karriere. Dann habe ich den Herrn Dennis Wick kennengelernt von London, ganz bekannt durch seine Trombonen, Mutes, Mouthpieces. Dann hat sie mir gesagt, Philipp, komm mal an England, am Royal College of Music, und sie hat mich direkt geholt. Du warst ganz hoferisch. Alle Jahre kann man in eine gute, große Schule spielen. Wenigstens ein oder zwei oder drei gut Trompetisten können direkt spielen. Aber nur einen kriegt nicht mehr Platz. Die Kinder, nun von einer Dose Kinder im Ehle fehlen, die keinen Platz sind. Das ist Philipp Scherz, ohne ihre Herflüchte zu sehen. Schüsst für diese Weise, wie schwerer das sich durchzusetzen. Trompett als Instrument fährt als klassisches Solo-Instrument nicht schrecklich viel Musikgeschritten auf. Doch ein Pianist hat mehr Variation. Egal wie auch immer, der Solist muss seinem Instrument gerecht gehen, dadurch, dass er seinen Körper darauf aufstimmt. Das ist wichtig, dass ich vielleicht ein bisschen sportlich aktiv bin, dass ich die Lunge gut bin, dass ich gut Luft kriege, dass die Kapazität und das Volumen der Lunge gut ist. Und dann muss ich noch ein bisschen trainieren. Das ist das Muskel. Und auf den Muskeln muss ich ganz einfach aufpassen, so wie ein guter Athlet. Für alle Instrumente muss ich Spaß haben. Ich muss wirklich frieden und dann muss ich Spaß haben. Und Musik ist das wichtigste. Das ist wichtig, dass ich ein bisschen mag, weil ich ziemlich clockisch billig kann, ich Launch höre Papa kommen, Ich muss sie auch immer ein bisschen Mathias kosten, èm ich einfach aufzunehmen. Wir machen doch vom Geist. Und das ist die 15- SURF пад Went zurück. Vielen Dank.